und nachgeguckt ne alter ja manchmal brauche ich brauche mal ein paar Minuten länger naja egal also habe ich tolle Klamotten den haben wir hochgedrückt und den auch glaube ich alles alte Leute hier all die alten Leute haben alle Klamotten und der Luca ist auch da der Luca hat bestimmt auch tolle Klamotten oder Luca hast du Klamotten? es kommt mir grad auf den Ausspruch der Klamotten an so was ist schon so drücken ziehen 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 stimmt auch nicht dann drücken wir den mal hoch ziehen den runter ziehen den runter dann drücken wir den drücken wir nochmal hoch den drücken wir nochmal hoch den drücken wir nochmal hoch ganz kurz schon mal richtig das heißt es müsste jetzt noch sechs Positionen die möglich sind so bei Mitte passt ist christoph jetzt schon wie ein alter Mensch boah es ist ja echt heftig so eine wohnung von alten Leuten aber manchmal riecht es auch von alten Leuten so alt bin ich ja jetzt auch noch nicht 30 ist noch jung sagen alle bleib bei mir Mädchen bleib bei mir Mädchen was sagt ihr eigentlich alle zum Wahlsieg von Donald Trump interessiert mich jetzt mal mach mal mach mal oh nein oh nein ist das richtig nein es war falsch Donald Trump das beste Mimi weiss ach ja also ich bin da eigentlich ich finde es jetzt auch nicht gut dass er gewonnen hat auf der anderen Seite denke ich mir er ist jetzt gewählt worden wir können das blöd finden aber jetzt gebe ich ihm auch eine Chance geh weg Hengse ich habe sogar die Zunge raus gestreckt ich habe sogar die linke oder die rechte Tür genommen ich weiß es gerade nicht das sieht gut aus naja bisher bei der Brexit warte was er denn so ich bin ja erstmal für die Wanne dann kann ich es dann nachschauen ich gehe auf jeden Fall es ist ja nicht nach Amerika oder ähm oder ähm oder ähm oder ähm oder ähm oder ähm Schillerie Clinton Schillerie okay die chillt immer der dritte Weg raus so ist es Naja, also ich glaube schon, dass die Wahlmänner ihn wählen werden. Die Amis sind, die Wahlmänner unterzeichnen zwar nichts, dass sie so abstimmen müssen, wie sie dahingeschickt werden, aber die Amis sind doch Leute, die sehr zu dem stehen, was sie versprechen. Die stehen zu ihrem Wort. Und ich meine, es sind jetzt auch schon wieder Forderungen von der Website verschwunden, die er gefordert hat, zum Beispiel Einreisestopp für Muslimen und sowas. Das ist ja alles von ihm schon auf der Website nicht mehr zu finden. Obamacare wollte er ja eigentlich auch komplett zurückdrehen, macht er jetzt, oder er überlegt es jetzt auch nur teilweise zu machen. Also warten wir mal ab, es wird eigentlich, wie sagt man so schön, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Auch wenn Shen mich jetzt gleich haut, wegen diesem Sprichwort. Au. Die Kanadier müssen jetzt eigentlich eine Mauer bauen. Okay. Dann gucken wir, was wir jetzt hier für Klamotten finden. Ich mag das zwar so zu sagen. Ich glaube, das merkt man so ein bisschen. Da war ja Klamotten. Aber seitdem diese Prime-Mitgliedschaft kommt, haben glaube ich sehr viele Leute abonniert. Shen weiß noch nicht so nicht, wie sie abonnieren soll. Sie hat ja eigentlich die Rocket Beans genommen, aber die sind ja nicht mehr da. Ich glaube, bei YouTube heißt das VIP, glaube ich, ne? Ich verstehe nicht, was dieses Emote zu bedeuten hat. Gut, dann machen wir jetzt noch eben das kanonische Ende fertig. Na ja, Boys and Girls und Shannon, ne und Grills. Ja, Björn, schön, dass ihr da warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pfui. so dann haben wir das auch fertig dann ist das spiel auch in hd nachgereicht ich glaube ich habe es eingeschaltet das spiel das spiel ist dann in hd nachgereicht nachgereicht ich überlege ob ich wirklich mal die ganzen alten spiele die ich noch nicht auf hd habe nachgereicht 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 ich war heute beim friseur und shen hat mich danach verprügelt hat Hashtag nachgereicht mein freund mein freund der südsee so morgens bin ich ja auch wieder morgens steht pd2 an das ist sehr spontan gewesen nachgereicht ich möchte auch dir vielleicht die alten lps nahe den hd nachgereicht es werde neue hashtag hashtag nachgereicht Christoph wenn es peinlich ist man kann wegen häuslicher Gewalt zur Wohlzeit gehen ja auch Männer sie hat mich ja nur verbal verprügelt aber sich dafür hinterher auch entschuldigt das muss man auch fairerweise dazu sagen sind die Nippel abgefallen ich mag dieses headset aber das stimmt so extrem ab und chen haut mich immer wenn ich sag dass ich dieses headset mag dann ja tschuldigung ich musste mal ein Gain heraus als sie wieder den Mut zu folgen haben. Klingt nicht schlecht, das würde ich gerne ausprobieren. Ich mag einen Mann mit Mut. Nein! Biss. Okay, das haben wir alles schon. Sag mal, magst du das Headset? Ja. Frag mal Schatten, ob sie das Headset mag. Ich höre schon, wie sie tippt. Ich höre schon. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020